nein oh mein gott ich habe gerade schiff gedrückt weil ich dachte dass wir noch kratzen alter und dann erst mal meine granate auf manuel schmeißen bin ich frech aber mach du mal es ist in ordnung für mich ehrenwert dankeschön von unserer oder unserer heiler die mich leider nicht führen kann mit dem mega serien auf die land supports da kommen die gold ist in den facken kult oder so die frei noch wirklich nur die heilen und so brauchen nicht auf die heilen hast du okay irgendwer was ich arbeite daran ganz viele leute zu töten ich habe auch was getötet ja du hast mir was abgestoppt fickt ich ich weiß wie sehr lauf und fickt dich ja die sind auch noch hinten gespawnt doch nicht ja hier kann man noch ein bisschen in slow reinschmeißen so für den spice auch oh ja let's go oh nein christ ich habe ein halbett nicht egal er passt schon weiter 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 ja ja einfach kurz hüpfen und schieben kommen die schon zurück ja ja langsam aber ich krieg zwei eingeschoben noch ja doch nass 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 in der voll komm nein die war so low ash war 1 hp schade oh die andere traf gar nicht dass ich über ihr stehe Ich hätte den High Ground des Todes. Ich würde mal kurz gucken, ob ich brenken kann. Das wäre genau das. Oh du sollst gehen Manuel, du sollst gehen. Ja ich arbeite dran. Ah ich geh noch nicht. Wer hat mir überhaupt vieles geholt? Ja, da hat man viel gebracht, aber ich muss nicht kurz. Nein, das war's. Wir haben uns gleich zu 1 sofort, geh mal zurück. Ja. Ah der geht weiter nach vorne. Ja natürlich. Geht das Tank immer. Ah. Nein. Ich muss Platz machen Chris, das ist meine Lebensaufgabe. Der Sick hat seinen ersten Kill gemacht. Ja aber der hat auch nur den ersten Kill bekommen, weil er glaube ich 1 HP Schaden bei mir gemacht hat. Ich bin glaube ich nur durch die Ash gestorben oder? Ja ich hab keine Ahnung. Das müsstest du wissen Josch. Äh ich hab gleich wieder Ult. Komm 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 Nano 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 Nano. Please. Gib nach Nano. Bis hinter Nano. Ich hab Nano. Oh nein. 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 Wie kacke. Der fuck. Wo seid ihr alle? Die waren alle. Die wollten halt in Nano. Die wurden halt gegrippt. Wir konnten uns nicht bewegen. Und Sigi? Ja. Ja. Ah wir die rund los. Wir wurden Antikyut Choke von Palpatine. Ey ich hab gleich 1000 Heilungen schon. Natürlich. Tja wird mir stinken Sigi ne? Jungs wartet noch kurz. Ich die Maut noch ein bisschen. Ich hab keinen Stress. Ich quatsche noch ein bisschen mit dem Vogel. Oh Jungs. Wie wär da? Ja. Der andere ist so verwirrt ne? Der SIG ist so low. Ja der ist so. Da sind zwei Leute hier oben. Da waren zwei Leute hier oben. Ich hab Kiri. Ah ah Bob in Kiri Kohl. Gar nicht. Mir geht das gar nicht gut. Nein das war so cool. Aber dafür haben die wieviel? Zwei? Zwei Rolls? Hm. Ja auf dem Fall Kitsune Rush. Und Bob. Ja Kitsune und Bob. Oh. Wie doof. Das macht ja auch schlau. Ja ich hab's gemerkt. Nein. Oh nein. Nein. Aha. Oh schade. Endlich bekomme ich mal Damage-Position. Es fühlt sich so schön an ne? Ja ich hab auch noch keinen bekommen. Hä? Oh. Hast du einen gut plant? Ja ich glaub einmal ganz kurz. Aber da hab ich auch keinen Gegner gesehen. Ich hab's zwei Nanos bekommen. Einer davon hat gut funktioniert. Oh mein Gott hier ist ein Bastion. Aua. Ja. Okay ich habe wieder Ulch. Ja die haben Nanos. Okay. Ich hab' die nicht pack' juhu. Ja ja. Ich bin dabei. Ja ich bin da raus. Hallo kann ich mal Heilung bekommen? Ah ne. Ich hab' die auch nicht. Wir haben mich auch nicht gehalten. Das heilt so viel. Aber. In wen geht die ganze Heilung rein? Mich. Nicht in mich. Au. Äh. Ich krieg ne Menge schon. Ich krieg nochmal ey. Achso wir haben gar keine Ahnung. Am Ende jetzt finde ich jetzt vielleicht. Ich würd gerne mal mein Damage Boost ein bisschen konstant verhalten. Muss man dann nicht direkt sterben weil ich ulten möchte. Oh wundervolle Ball. Wundervolle Ball. Schön. Schön. Wie unnötig. Wundervolle. Oh ne. Ja ist nicht schlimm ich mach' einfach. Ich hinkuck kurz. Wundervolle. Ich bin geändert halt. Scheiße. Lol. Wundervolle. Komm schon. Junge wie lange soll ich den Ball denn noch freezen. Ey ich hasse die Mappes kommen wir nicht mal ins Ziel. Ah fuck. Ich hab die Masse leider nicht mehr holen können. Das heißt wir sind auch nur mit einem Support ist unterwegs. Komm bitte. Ich hab doch keinen Gollmann. Nein mein Gott. Ich schmilze einfach weg. Wir haben keine Zeit mehr. Ja. Ja richtig aber es bringt doch auch nichts einfach reinzuhören. Doch ich hatte Schiff und damit kannst du prinzipiell Leute töten. Und wer hat sowieso keins mehr. Entweder ich probier's oder ich lass es verbleiben. Oh Junge ich freue mich schon die neue 3 Fragezeichen Folge die Ende des Monats. Ja. Und es kommen wieder alte Charaktere. Letzte Folge war es ja Ian also der Doppelgänger. Ja und Morten kam mal wieder vor. Äh genau und Morten endlich mal wieder. Äh und jetzt nächste Folge soll noch mal noch ältere Charaktere vorkommen. Was heißt denn noch älter der Doppelgänger ist aus den 70ern. Äh ja ich weiß nicht. Das wurde mir auf jeden Fall gerade gezwitschert. Also ich weiß dass die Folge zweieinhalb Stunden mindestens läuft. Boah was zweieinhalb Stunden? Also Doppelgänger? Ja Special Folge. Oh Junge ich bin so halb. Das ist 25 das ist äh eine Special Folge wieder. Oh ich bin so halb. Und hier so dieser eine komische Koch ist dabei. Also richtiger Koch der hat jetzt synchron aufgenommen für das Hörspiel. Äh ja ich ja. Ich werd angerufen ich bin sofort wieder da. Oh komm. Drei Fragezeichen ist auch einfach legendär Junge. Hm. Drei. 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 Hurra. Ah Scheiße. Ich habe den Cycle mit Vestion jetzt nicht. Mit der Shift. Die würde. Den würd ich eigentlich haben den Cycle. ok cool stein daneben geworfen schade komm ich hier raus kommen wir hier raus kommt halt drauf an wenn du immer weiter nach vorne läufst dann nein ich renne grad weg du vogel was willst du denn anna is low oh die sojourn ist auch super low sicker surf nein schade ich brauch heilung ich brauch ganz wenig dankeschön okay dann nicht wo hat ihr da hat sich gestorben war niemand da ja weil wir alle tot waren ja im besten der einen abschießt ist irgendwie doof wenn du als besten selbst nicht dabei leute abzuschießen weil er mich abgeschossen hat also ich bin durch bastion gestorben ich weiß nicht gut oder was nein einfach durch seine schrift hat sich schlecht an die vorbeischießt und dann kann ich ja nichts für bittsch schnell cooldowns nein scheiße so ein rund alter ist ja unglaublich ne finde ich auch eigentlich gut ja irgendwie trifft man schon genau das naja sorry ok hatte ich ja auch erst überlegt aber dann hatte ich mich ja noch einmal dagegen entschieden ja chris kommt dann mal runter okay sorry i have okay das war dumm schade okay der rail hab ich aber auch richtig gerechnet ja ich hatte meine schiff noch nicht ready ich hatte mich nur in dem raum versteckt ich dachte dass ich lang genug da chillen kann ohne das bastion geht links von hoch hinter euch josh links 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 immer gern immer gern und ich habe die anna irgendwie mit aoe von meinem stein getötet oder so vom auffall des steins keine ahne aber ich glaube sie hatte nur noch super wenig leben wegen chris ult äh ja man hat schon wieder den tank kill gekillt also der stein hätte die anna nicht töten dürfen bin ich ehrlich könnt ihr die bitte pushen lassen ne komm 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 sorry er war low sorry er war low sorry er ist wieder low schade schön wundervoll das ist lecker ich finde es auch großartig dass das echt funktioniert hat mich einfach hier in die ecke zu sneaken weil die ana hat sich halt irgendwann bemerkt und dann war sie halt schon quasi die bemerken dich schon wieder nicht wenn jetzt noch mal drauf einfallen gleich dann tut es mir wirklich weh in der seele aua okay jetzt stehst du wieder in deiner ecke chris ne ich stehe in deiner ecke ja aber geh mal in die ecke ne da komm ich jetzt schon nicht mehr hin ja okay das ist richtig wir waren seit einer stunde ult ne aber irgendwie komme ich gerade gar nicht dazu die zu benutzen und chris hat schon wieder ult das war halt hart dumm von mir warum da ist gut vor meinen augen dahin schmeißt oh die mail slow ich bin wieder in dem raum gutes konzept oder muss los schade die ult hat mir jetzt auch einfach auf den arsch gerettet das hat ein bisschen lustig jetzt auch mail lol lol mail perfekt mail lol lol die nutzen einfach mail okay ich kann nicht aufessen okay Fazit Brief aber auf jeden fall ne gute entscheidung auf jeden fall ja jetzt ob die dreimal auf den gleichen trick reinfallen Junge was ist das denn ja jetzt bleibe ich auch drin ehrenwert nett nett oh ich stehe 4 4 ja ich bin jetzt aber weg nein es ist 20 ja aber meine Freundin kommt gleich weil die schafft es nicht nach Hause zu fahren schade aber wann ist das gleich und wann und wo kommt sie ja jetzt die ist glaube ich gerade auf Chris Höhl ja ok dann geht noch ne Runde ne du tut mir aber leid es ist mir überleid es ist Kauers